Inktober ein Sport! Los, los, los! Drain. Abfluss. Der Kleine ist eigentlich echt niedlich geworden, aber so prinzipiell ist es schon eine unheimliche Vorstellung. Kennt ihr diese Videos von Australien oder so, wo die so riesige Monsterschlangen aus dem Klo ziehen? Ich bin normalerweise gar nicht so zimperlich, was komische Tiere angeht. Ich habe kein Problem damit, Regenwürmer von der Straße zu retten oder Spinnen in die Hand zu nehmen und rauszuwerfen. Aber halt hier in Deutschland. Die Viecher sind zwar ein bisschen unheimlich, aber können einem ja nichts tun. Aber stellt euch vor, ihr seid gemütlich am Duschen und plötzlich guckt so eine knallgiftige Giftschlange aus dem Abfluss. Stellt es euch lieber nicht vor, aber hier habt ihr es bildlich, bitteschön. Expansive. Teuer. Im Zweifel für Harry Potter. Das ist der neue Nimbus 2000, den Harry bei seinem allerersten Besuch in der Winkelgasse bewundert. Dabei ist mir aufgefallen, Harry geht ja mit Hagrid in die Winkelgasse, bevor er überhaupt in Hogwarts war und irgendwelche anderen Zauberhaude, deren Welt kennengelernt hat. Er kennt ja noch nicht mal Quidditch. Aber da ist so ein Besen ausgestellt und so ein Statistenkind sagt im Hintergrund, Wow, voll neu, voll teuer. Und Harry plötzlich so, Oh Mann, scheiße, der neue Nimbus 2000, ich will ihn unbedingt haben. Er ist so neu und so teuer. Ich habe zwar keine Ahnung, wozu der gut sein soll, aber... Bei den Muggels heißt es ja immer, dass Hexen auf Besen fliegen. Und die Muggel, die müssen das ja wissen. Ach, ich frage gleich mal die Hexe da vorne, warum sie keine Warte auf der Nase hat. Das habe ich ja auch so gelernt über Hexen. Moddy. Matschig. Ich vermisse es so sehr, ein Kind zu sein. Ich kann die kalten Tage echt nicht leiden, aber als Kind war das irgendwie erträglich. Man konnte in Pfützen springen, durch bunte Blätterhaufen kicken, sich mit Matsch-indianische Kriegsbemalung ins Gesicht klatschen, glänzende Kastanien sammeln und mit Zahnstochenfiguren draus basteln. Als Erwachsener muss man morgens im Dunkeln los, friert sich an der Bushaltestelle den Arsch ab, hockt den ganzen Tag im Büro und kann durchs Fenster der Sonne beim Untergehen zuschauen, um dann im Dunkeln wieder heimzufahren. Ich will einfach mal wieder mit Matsch bespritzt heimkommen, mit Moos und Blättern im Haar, mit nassen Socken, roten, heißen Wangen und triefender Nase. Ich will meine Schuhe mit Zeitung ausstopfen und unter die Heizung schieben und mich dann neben die Heizung in eine Decke einpacken und heißen Kakao trinken. Job, zerschneiden Manchmal fühle ich mich, als würde ich auseinander treiben. Fein geschnittene Scheibchen fliegen von mir davon. In solchen Momenten habe ich Angst, alles kaputt zu machen, wenn ich zu lange still bleibe oder mich zu schnell bewege. Prickly, stachelig Ist das nicht ein Traumpaar? Der Kaktus trägt nen hübschen Hut und der Igel hat nen schön sonnigen Platz fürs Nickerchen. Stretch, strecken Wie schon versprochen, hier meine Hommage an Elastigirl oder Helen Parr aus dem Pixar-Film Die Unglaublichen. Da kam ja jetzt endlich nach so langem Warten der zweite Teil raus. Ich hoffe schwer, dass ihr den alle brav angeschaut habt, denn er ist genial. Ich fand den Bösewicht zwar ein bisschen berechenbar, aber das Motiv fand ich sehr mutig und gibt einem Denkstoff. Und ich fand es richtig klasse, dass dieses Mal Helen die Chance bekommen hat, zu zeigen, was sie kann. Diese Szene, wo sie den entführten Zug verfolgt auf ihrem supercoolen Elektromotorrad und einen Anruf von Dash reinbekommt, der seine Turnschuhe nicht findet oder so. Das hat mich so heftig an meine eigene Mutter erinnert. Hab dich lieb, Mama! Mütter sind auf ihre eigene Art wirklich auch super, Helen. Und ich glaube, die Lektion hat Bob auch gelernt in dem Film. Ich meine, die Hälfte vom Film und fast alles an Witz hat damit zu tun, dass er einfach ein ganz normaler Vater ist und ganz normale Eltern Dinge zut. Nämlich alles, was Helen im letzten Film ohne ihn gemacht hat. Nur, dass sie im letzten Film das still und heimlich auf die Reihe bekommen hat. Und für Bob ist dasselbe ein ganz eigenes Abenteuer. Thunder Donner Das ist der Donnervogel von Fantastische Tierwesen. Sieht natürlich im Film viel krasser aus als meine Zeichnung hier, aber ich finde, er ist mir ganz süß gelungen. Als ich das Bild gemalt habe, war der zweite Teil noch nicht draußen. Jetzt, wo ich das Video hier aufnehme, habe ich ihn schon gesehen. Und ich glaube, darüber muss ich nochmal ein ganz eigenes Video machen. Gift Geschenk Kennt ihr alle die Schlümpfe? Aber hoffentlich nicht nur diesen komischen 3D-animierten Kram. Warum haben die Brustmuskeln? Sondern die guten alten Comics. Ich bin damit aufgewachsen und ich habe die so geliebt. Außer die Mücke Bzzz. Das war einfach eine verdammt unheimliche Zombie-Geschichte. Oh, und es gab eine Kurzgeschichte, die nur eine Seite lang war, die die Inspiration für dieses Bild hier war. Die hat mir als Kind auch Angst eingejagt, obwohl das sicher nicht so geplant war. Der Überraschungsschlumpf schenkt ja immer allen so Geschenke, die explodieren, wenn man sie aufmacht. Und in dem Comic wollte keiner mehr ein Geschenk von ihm annehmen. Also hat er es selber aufgemacht. Und das letzte Bild war nur der Schlumpf mit einem total verkohlten, schwarzen Gesicht, der ganz alleine dasteht und so richtig Psycho lacht. Ich denke, es ist offensichtlich, wie ich auf dieses Motiv gekommen bin. Tatsächlich habe ich als Kind die Serie Pokémon gar nicht geschaut, weil wir zu Hause nur drei Kanäle empfangen haben. Aber ich habe wütigerweise von einer Freundin ihren alten Game Boy Color geschenkt bekommen, als sie den neuen Game Boy Advance bekommen hat. Und sie hat mir ein einziges Spiel dazu überlassen. Pokémon Blaue Edition. Und weil ich nur dieses eine einzige Spiel hatte, habe ich den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als Pokémon zu spielen. Obwohl ich keine Ahnung hatte, was das eigentlich ist und was man damit eigentlich tun soll. Und übrigens hat mir auch niemand erklärt, was legendäre Pokémon sind. Deshalb habe ich die einfach immer mit meinem Glurak Level 100 platt gemacht und ganz normal weitergespielt. Ups. Jolt. Schock. Ich glaube, jeder kennt diese Träume, in denen man einfach nur in die Unendlichkeit fällt und fällt und fällt, bis man irgendwann kurz bevor man auf dem unsichtbaren Boden aufschlägt, aus dem Schlaf hochschreckt. Manchmal wünsche ich mir, mein Gehirn würde sich mit dieser Art Albtraum zufrieden geben, anstatt sich jede Nacht noch verrücktere und krankere Dinge auszudenken, als würde sich immer selbst übertrumpfen wollen. Apropos, ich denke, ihr kennt meine Reihe Traumfänger, wo ich meine Träume zeichne und animiere. Frage. Würdet ihr euch für düstere Albträume auch interessieren oder nur für den lustigen Mist? Und würdet ihr auch gerne längere Träume anhören, denn vielleicht weniger ausführlich animiert? Ich habe nämlich schon ein paar Träume auf Lager, die über mehrere Seiten hinweggehen. Lasst es mich in den Kommentaren wissen oder stimmt da oben rechts mal ab. Slice. Stück. Ich habe das Bild Mitte November hochgeladen, weil ich voll vergessen hatte, dass mir noch ein Tag fehlt, aber tun wir einfach so, als wäre es am 31. Oktober entstanden. Juhu, es ist Halloween! Passend zur gruseligsten Zeit des Jahres gibt es auch ein gruseliges Bild, nämlich diesen freundlichen Zombie, der euch gerne ein Stück Gehirntorte zum Probieren anbieten möchte. Ach, ich weiß auch nicht, ich kann einfach nichts wirklich Gruseliges zeichnen. Irgendwie wird es am Ende doch alles niedlich. Vielen Dank, lieber Zombie. Oder ist das etwa gar nicht niedlich? Und ich bin nur so irre, dass ich das niedlich finde, weil meine ganze grausame Welt so verzerrt ist? Damit ist der Inktober geschafft. Es ist schon ein tolles Gefühl, ich habe richtig gut durchgezogen dieses Jahr und ich bin mit den meisten Bildern sehr zufrieden, vor allem für die kurze Zeit und Spontanität, die ich dafür hatte. Ich glaube, ich werde mich nächstes Jahr gerne wieder in ähnliche Form der Challenge stellen. Und ihr seid natürlich auch alle herzlich dazu eingeladen. Denkt dran, wie ich am Anfang im ersten Video schon gesagt habe, die Challenge soll eher ein Motivationsanstoß sein. Es ist kein Kampf auf Leben und Tod. Es ist okay, wenn ihr mal einen Tag verpasst, auslasst oder später nachholt. Es ist okay, wenn ihr nicht gut mit Fusche seid und dann lieber andere Materialien benutzt. Es ist okay, wenn ihr mit der offentlichen Promptlist oder einem Wort davon nichts anfangen könnt und euch dann etwas Eigenes ausdenkt. Hauptsache, ihr habt Spaß. Und ich hatte Spaß. Bis zum nächsten Mal.